Nein, da waren legit auch Leute, Leute, meine eigene Mutter hat mich, nachdem ich das erste Mal, nachdem sie mich das erste Mal seit zwei Monaten gesehen hat, nachdem ich so viel zugenommen habe, ich habe es selber nicht realisiert, hat gesagt, boah, du hast aber echt viel zugenommen, das war das erste, und sonst sagt sie immer, oh Mann, du musst mal mehr essen, und dann wusste ich direkt, okay, fuck, ich bin ja legit fett. Ja, die ganze Wave, also wenn sie steht, stirbt sie, guter Gott von ihr, aber guckt euch diese Wave an, die komplette Wave verloren, die Wave steht immer noch so fucking schlecht. Alter, sind wir clean, oder? Das muss einfach so unangenehm sein, die hat nicht eine Wave bekommen, diese Runde. Diese armen Riven, die am Riven-TP zum Tier 2-Turret. Achso, und anscheinend werde ich wohl bei NNO spielen, habe ich gestern Abend mitbekommen. Ja, ich wusste, also tatsächlich wusste ich davon nicht so wirklich. Ja, hat mich Bröki angeschrieben, meinte, ja, du spielst. Ja, okay. Naja, trotzdem was? Ich bin nur mein, oh mein Gott, ich hätte die Kirchen gehen sollen, oder? Ich hab, oh mein Gott, ich hätte immer mein E noch für den Save'n sollen. Ich wollte nur, ich wollte nur mein Darkable-Stack und den Kill überlassen, damit ich jetzt mit den letzten E den Dragon machen kann. Und das war jetzt komplett der Grief. Wer geht denn bitte, diese Hunde? DJ. Let's go, ey. Ey, sag mal, was ist mit meinem Mikro los? Komm wieder runter, mate. Nicht so abgehoben sein. Hey, also wenn ein, oh mein Gott, unser Team. Wir sind alles in der Lobby. Äh, Reckless. Und den Rest kenne ich nicht. Erstmal Einschleifer, Mann. Oh, das ist so infonemischer Alejandro. Okay, leider hab ich den Leid nicht bekommen. It fucked, kid. Oh mein Gott. Zoning E. Run, er hat actually die Ult noch. Ready, no. Run, 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 run. Okay, nur mal. Ja, die Zoning E sitzen echt gut da. Ich bin echt gut am zonen. Er hat keine Ult. Echt nicht? Nicht lost? Die Mafia kann ich auf jeden Fall diven. Ach, Entschuldigung. Let's go. Ich kann das game. Also, relativfrieden. Aber in Reckless, ja. Bist du ein Fanboy? Auf jeden Fall. Wie kann man bitte so gut aussehen, so gut sein und dann auch noch sympathisch sein? Crazy. Ähm, ich spiel noch eine Runde Shyvana. Ich hab keine Lust nachzudenken. Also, die Verbesserung von Autofill zu mir ist, glaub ich, gar nicht so hoch, wie es anderswo hätte sein können. Ja, Leute. Ich weiß, Tolkien ist scheiße. Was soll ich sagen dann? Ich will doch einfach nur politisch korrekt sein. Ja, ich weiß, Tolkien ist kacke. Ja, wir brauchen einen besseren Top-Leader. Mann. Ich sag's doch endlich. Ja, ist fein. Danke. Warte. Okay. Okay, das ist aber doch mal, nee. Aber Junge, du bist einfach so ein Griefer. Holy shit. Oh, es ist so bad. Wir werden hier alle sterben. Ich hab mir mal an dem, so gut voll. Wir hätten das tatsächlich, Leute, tatsächlich, es gibt da kein Counter-Blick für uns. Wenn die Samira uns zerkitet und die Lilia und nur der Galio uns tankt, dann sind wir einfach tot. Also zumindest sollten die dafür sterben hier, wenn die den nehmen. Oh, dann kommt noch ein Kill. Ah. Die sind schon ausgelaufen. Er ist aber unter dem Turm, also ist er auch noch tot. Wir können den doch niemals machen. Wir sollten wahrscheinlich den Sylas fokussen. Weckereicht. 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 Wenn der Wasser verändert, ist das schon ganz schön. Was sinds relevanzierend? Was können wir? Wir gehen rein. Wo ist? Und wir können nicht ganz enden. Wir verlieren Zoll. Ich glaube, ich habe ihn enden können. In dieser einen Situation. Alfredo Anal Torpedo. Vielen lieben Dank für die Einladen Witz. In Level 6. Aber sag mal Lilith, what are you doing? Get fucked kids. Oder auch nicht. Virgin ist auf jeden Fall tot. Ah, ich hätte wahrscheinlich rüber gehen können sogar. What? Fuck Nautilus, man! Junge! Verdient. Ich werde diesen Typen gleich einfach so hops nehmen, Leute. Ich freue mich schon, wenn ich gleich Form habe. Och, das wird so geil. Ich freue mich schon. Patch um dein Leben. Weil das ist das Letzte, was du machen wirst. Ihr sollt nicht für Nautilus pragen. Falsch! Ihr sollt für mich sein. Du bist so ein fucking ekliger Typ, Mann! Du bist so ein fucking ekliger Typ, Mann! Okay, ab jetzt werden wir ihn töten. Okay, ab jetzt wird es kein Counter-Blame mehr für diesen Herren-Barone geben. Ja, ja, ja. Ich werde ihn kriegen. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Es ist nicht den, den wir wollen. Ja, Nautilus, du bist hier doch irgendwo. Ah, ja, ja, ja. Ich hab dich. Dich hab ich hier. Ja, haha, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt mit deinen schlechten Hooks? Was sagst du jetzt, ha? Was sagst du jetzt? Okay, unsere Wände. Da ist zu Ende. Wie kann man nur so ekelhaft seine Rache haben wollen? Äh? Der Nautilus spawnt in 8 Sekunden und wird dann zum Dragon gehen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht zum Nash, sondern wir gehen hier warten. Wir haben ihn. Not to the sword, let's go. Okay, jetzt können wir den Dragon machen. Warte, wir unern jetzt den, wir unern jetzt Rel, ne? Für den Distance Pack. Und jetzt schreiben wir noch folgendes. You can put your Hooks somewhere else not.